Hallo und willkommen zu diesem Review. Heute mal mit einem Podsystem von SMOAND und zwar ist das der Night Q. Ja, ein Podsystem, ein sehr Taschen-, Hosentaschenfreundliches Podsystem mit 1000 mAh und 3 ml Tankvolumen hier und den schauen wir uns jetzt mal an. Ja, in diesem Karton hier wird ja geliefert der Night Q von SMOAND und wir schauen mal, was das alles mitkommt. Der Night Q, ein OSBC-Ladekabel, ein Laniard, eine Bedienungsanleitung, eine 0,8 Ohm Coil und eine 0,6 Ohm Coil. Ja, eine kurze und knappe Anleitung haben wir hier. Leider finde ich hier aber nicht drin, wie die Akkustandanzeige hier bei wie viel Prozent sich farblich verändert. Ist hier leider nicht aufgeführt, das findet ihr allerdings im Internet. Ja, schauen wir uns das Gerät jetzt mal an. Wir gehen mal die Masse durch. Wir haben hier 60 mm, 50 mm und 16,8 mm und ein Gewicht von 86 Gramm. Ja, das Ganze ist aus einer Zinklegierung und wie ich daher auch ein bisschen mehr. Ja, wir haben 3 ml Tankvolumen und ja, wie gerade schon erwähnt 0,8 Ohm und 0,6 Ohm Coil sind dabei. Ja, 1000 mAh wird mit 5 Volt und 1 Ampere geladen und Ladezeit ist dann so circa zwischen 45 und 50 Minuten. Er hat hier eine Ausgabe von 3,4 bis 4,2 Volt und ja, es gibt dann auch noch verschiedene Coils. Das sind dann hier die 0,6, 0,8 und 1,0 Ohm Coils. Ja, ihr seht hier ganz schwach aufgedruckt hier quasi das Small End und Night Q kann man sehr schwach erkennen. Haben so ein bisschen dezenter gehalten und ja, wir gucken uns jetzt mal so das Gerät. Fangen wir mal hier oben an. Da haben wir hier ja so eine Öffnung, wo wir das Laniard, die Schlaufe durchziehen können. Und wir haben dann hier vorne die Airflow sitzen, das ist quasi dieses Loch hier, da zieht die Luft nach innen hoch. Und hier haben wir eine kleine LED, da zeigt er uns dann an, wenn wir hier zum Beispiel den Pot rein- und rausschieben. Das ist dann eine weiße Kontrollleuchte, das zeigt uns an, da von 100 bis 70 Prozent hat er dann Akkukapazität. Und wenn sie blau wird, ist es dann zwischen 70 und 30 und wenn sie dann mal rot wird, dann ist sie weniger als 30 Prozent Akkukapazität. Ihr habt dann während des Leuchtens, leuchtet die dann halt in den Farben, den jeweiligen Farben auf, wie gerade der Akkustand ist. Aber auch wenn ihr mal den Pot hier rein rauszieht, dann leuchtet er da auch dementsprechend, wie auch der Akkustand ist. Ja, von hier unten haben wir auch ganz schwach aufgedruckt CE-Zeichen Mülltonne und dann hier ist das auch alles schön verschraubt. Und dann hier haben wir den USB-C Ladeanschluss. Ja, ihr seht schon, das Mundstück ist quasi hier oben an der Stelle, ist ein bisschen ungewohnt, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es eigentlich ganz angenehm. Und zumal ist das Ding wirklich recht schmal und sehr angenehm in der Hosentasche zu tragen. Den Pot können wir hier entnehmen, den ziehen wir einfach hier heraus. Und dann seht ihr hier, könnt ihr da reinschauen, da sehen wir die silbernen, zwei länglichen, da sind die Magneten und die goldenen Kontakte. Das sind die gefederten Plus- und Minuspol. Und da das runde Teil hier, was ein bisschen hoch steht. Da sitzt der Zugsensor drunter von der Zugautomatik. Wir haben hier also keinen Taster und dann seht ihr hier, ist das Loch für die Airflow. Da kommt die Luft heraus und wir haben dann hier auf der Gegenseite natürlich auch wieder Metall sitzen, um das mit dem Magneten hält. Und hier haben wir die wechselbare Coil und hier haben wir eine Airflow. Die Luft, die dann durch das Loch vom Gerät hier hochkommt, können wir dann hier nochmal regulieren mit diesem kleinen Schieber hier. Und ja, so wäre ganz offen, so wäre ganz geschlossen. Das kann man sich dementsprechend einstellen. Ja, wir haben hier an der Seite die Befüllöffnung, auch wieder mit so einem Gumminupsi. Das machen wir jetzt gleich. Wir ziehen aber jetzt mal eben kurz die Coil raus. Ich wechsle die jetzt nicht, weil die noch sehr gut ist und wir ziehen nun mal einfach raus, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze hier aussieht. Ja, wir haben also die Coil, wir haben jetzt hier die 0,8 da drin und ja, die müsst ihr halt so einsetzen. Also natürlich wieder, wenn ihr neue Coil ranmacht, wieder befeuchen, ein bisschen mit Liquid hier an den Stellen, wo die Watte ist und hier ein bisschen rein in die Coil rein tropfen lassen. Und dann einstecken und dann seht ihr hier, es ist hier ein wenig abgeschrägt an den Seiten hier, da, dort und das gleiche Bild haben wir dann hier an den Flächen. Und dementsprechend müsst ihr das dann so an den Stellen draufsetzen, eindrücken und dann sitzt die Coil drin. Ja, nach dem Befüllen natürlich wie immer mindestens fünf Minuten warten, damit sich das schön einsaugen kann. Ja, hier habt ihr die Befüllöffnung, auch wieder mit Gumminupsi. Das tun wir jetzt mal hier ein bisschen Liquid reinjagen. Und dann setzen wir wieder den Gumminupsi oben drauf, hier darauf achten, wirklich richtig reinzudrücken, damit das da auch wirklich dicht hält. Ja, ich hatte jetzt hier bei meinem Test, ich hatte jetzt eine Woche in Betrieb gehabt, kein Problem mit Feuchtigkeit oder so. Das ist alles sehr trocken geblieben, ja, also, aber auch trotzdem nochmal gesagt, wenn ihr das Ding mal ein paar Tage liegen lasst, immer leer dampfen vorher. Und dann einfach vielleicht auch den Pot irgendwie so positionieren, dass es auf dem Kopf steht quasi, sodass, ja, die Coil nicht da in dem Restliquid steht. Und dann irgendwann mal der Unterdruck verloren geht und dass dann nachher Feuchtigkeit auftritt. Also, wie gesagt, ich habe hier alles trocken gehabt, hat hier wunderbar funktioniert. Ja, den Pot können wir dann wieder einsetzen. Ja, das ist hier so eine kleine Schiene hier. Und dann hat er eine Führung und mit Magnet hält das dann ganz gut fest. Ja, wir gehen mal wieder hoch zum Fazit und quatschen mal über den Night Q von Small End. Ja, Pro und Kontrast von dem Teil hier. Fangen wir an mit dem Kontrast. Wie immer zuerst, dunkler Pot, ja, finde ich immer bescheiden. Man kann sehr schlecht den Liquidstand sehen. Ja, muss immer irgendwo ein heller Hintergrund sein, dass man das gut erkennen kann. Weiß ich nicht, warum die jetzt immer so dunkel halten. Bis jetzt habe ich von den Small End Dinger, waren immer recht dunkel. Ja, dann haben wir Side Fill mit der Gummilasche. Ja, ich stehe natürlich lieber Top Fill, ist hier natürlich schwierig. Umzusetzen, aber okay. Dann haben wir Zinklegierung. Macht das Ding natürlich relativ schwer. Ja, okay, ich habe auch schon ein schwerer gehabt. Mit 86 Gramm. Ja, wenn man das umhängt mit dem Laniard, weiß ich nicht. Wenn es aus Alu gewesen wäre, wäre es vielleicht noch ein bisschen angenehm. Aber man ist schon, ist schon ein gutes Gewicht. LED-Anzeige habe ich in der Anleitung auch vermisst. Hm, nicht gefunden, nichts drin. Ähm, also, ne, wie der Akkustand, mit wann die dann leuchtet, wie die dann leuchten, welche Farbe oder sonstiges. Aber auf der internen Seite steht das drin. Ähm, also, wie gesagt, wenn ihr mal irgendwo was nicht wisst oder so, schaut mal auf den Seiten von den Herstellern. Dann, da ist es schon mal, äh, schon mal steht da ein bisschen mehr drin, ne. Ähm, jo, dann kommen wir schon zu den Pros. Ja, wechselbare Coils ist natürlich top, ne. Super. Ähm, 3ml Tankvolumen, auch super. Airflow, ähm, ja, schön versteckt. Also, man kann also nicht versehentlich verstellen oder so, wenn die so seitlich, oder das ist an dem Teil an den Geräten. Ja, das löst ihr unten drunter, das stellt ihr einmal ein. Boah, wenn ihr das bei einem jeweiligen Coil, die ihr reingemacht habt, passend gefunden habt, dann stellt ihr eh nicht mehr großartig rum. Ähm, die ist allerdings auch, ähm, wenn wir die komplett zumachen, springt das Gerät erst gar nicht an, ne. Ich habe die erstmal ganz zugemacht. Ihr seht ja hier die Lampe. Tut sich gar nichts, ne. Wenn ich da ein bisschen aufmache, äh, immer noch nicht, äh, das ist bei einem gewissen Punkt, ich sag mal so, bei, äh, 3 Viertel geschlossen, dann liegt die jetzt los. Ist dann bei dem 0,8er, würde ich sagen, ein mittlerer MTL Zug. Wenn die 1,0er Coil drin ist, dann habt ihr eigentlich schon sehr straffen MTL Zug. Und ich mache es jetzt wieder ganz auf, hat mir so bei dem 0,8er sehr gut gefallen. Passt. Ja, das müsst ihr halt damit rumspielen, wie ihr euch das am besten gefällt. Ähm, dann haben wir 1000 mAh, finde ich natürlich super, ja, da kommt man eigentlich auch recht weit mit dem Teil und ist auch relativ schnell zügig geladen, ne. Dann haben wir, ähm, zwei Coils dabei, ja, 06, 08, äh, Mesh Coil, auch super, Laniard, Ladekabel, Lieferumfang, finde ich schon mal top. Dann Verarbeitung ist auch gut, ja, da kann man so nichts irgendwie erkennen, dass da irgendwas schlecht aussieht oder so, von der Verarbeitung her. Ja, ist eigentlich alles ganz in Ordnung, das Moment und Night Q hätte ich mir, hätte ich ein bisschen, äh, deutlicher aufgedruckt. Aber okay, vielleicht wollen sie ja nicht unbedingt da, weiß ich nicht, ne. Ja, aber egal. Ähm, dann haben wir, äh, tolle Hosentaschenformat, ja, also wenn ihr das, das ist ja nicht groß, ne, so, ne, und recht schmal. Das kann ja wunderbar in der Tasche liegen und, äh, jo, in der Hosentasche ist wirklich angenehm zu tragen. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig, erstmal so, wie man, wenn man das erste Mal sieht und auch vom Mundstück her denkt man, was ist das denn, ne. Ja, aber es funktioniert super, also Mundgefühl ist auch gut. Ist hier jetzt nicht unangenehm, alles schön abgerundet hier und, ja, ja, kann man mal machen. Mal was anderes. Dann haben wir, Dampfen während des Ladens ist möglich, finde ich auch immer top. Und, ja, geschmacklich sind diese P-Coils von Smoind super, ja, also auch wie viele anderen auch, ne. Da kann man also schon, schon gar nicht mehr, äh, großen Unterschied schmecken von den Teilen. Ja, das ist eigentlich alles, was ich zu dem Gerät sagen kann. Hat alles wunderbar funktioniert, hat nicht gesifft, alles trocken geblieben. Jo, wunderbar, ne. Ihr müsst natürlich gucken, bei den Gumminoops, siehst du, ja, ist klar, ne, da habt ihr dann, ist immer ein bisschen schlapper hinten. Da musst du ein bisschen drauf achten, dass ihr es vielleicht irgendwann mal zwischendurch abwischt oder so, damit dann nicht irgendwo dann irgendwann hier reinläuft, ne. Aber ist ja überall bei ganzem Potze-System so. Ja, das war's von mir. Müsst ihr natürlich selber wissen, ob so ein kleines Teil was für euch ist oder nicht. Ich freue mich, dass ihr ja das Video geschaut habt und sage, bis zum nächsten Mal. Bis Finti ein neues Video hat. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020